Nix passiert Lockiert total Ja? Ich kann hier nicht mitfahren Aber warum denn? Und dann? Oder ein Lufthorn Hahahaha Versuch mal zu Haken Ja, musst du wieder Verhakel oder so? Ja, ja, verhakel oder so beim Haken 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 Nein, ich hab kein Überhaupt nicht Haken Nein, Klein, du bist U50 Haken 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 Vielen Dank.